Hallo meine lieben Freunde des geflickten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nochmal ein wenig back to the roots, denn womit haben wir damals hier auf dem Kanal angefangen? Ich würde sagen mit so einem Arduino Uno, wie wohl auch die meisten, die irgendwo so mit Mikrocontrollern gestartet sind. Und ja, die Arduinos sind hier auf dem Kanal so ein bisschen in Vergessenheit geraten, da wir inzwischen natürlich mit Home Assistant alles irgendwo über WLAN steuern wollen und somit eher dann zum ESP greifen. Oft habe ich früher auch hier diese Arduino Nanos verwendet für kleinere Projekte, die sind halt eben platzsparender, kompakter, bieten ansonsten eigentlich so ziemlich das Gleiche an Funktionen. Und genau da gibt es jetzt etwas Neues von Arduino und zwar den Arduino Nano Meta. Und das Gerät hatte ich mir auf einer Messe schon mal angeguckt in Nürnberg und ich musste ihn natürlich sofort bestellen, als er verfügbar war. Der liegt jetzt auch schon eine Weile hier und ich konnte ein bisschen damit rumspielen, rumtesten. Und ich muss sagen, das Gerät gefällt mir wirklich, wirklich gut und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, aber was macht den Arduino Nano Meta jetzt so besonders? Also das Meta im Namen zeigt es eigentlich ja schon. Er bietet uns mehr Konnektivitätsmöglichkeiten. Der Nano hier, der hatte ja letzten Endes nur die serielle Schnittstelle. Wenn ich da irgendwas mit WLAN oder sonst wie machen wollte, dann brauchte ich da schon externe Komponenten und das ist hierbei eben anders. Und der unterstützt nicht nur Thread, sondern der könnte theoretisch auch Zigbee. Ich glaube, Bluetooth ist auch mit on Board. Bluetooth und Zigbee, hört ihr an der Formulierung schon, habe ich noch nicht getestet, aber Meta over Thread. Und genau darum soll es in diesem Video gehen, wie ihr mit dem Arduino Nano Meta eure eigenen Meta over Thread Geräte herstellen könnt. Ich habe jetzt erstmal mich nur auf die Beispiele fokussiert. Da ein Beispiel für eine RGB Lampe so ein bisschen noch erweitert, dass das Ganze ein bisschen praktischer nutzbar ist. Und diese Lösung möchte ich gerne heute im Video mit euch teilen. Für Zigbee und Thread gibt es bei ESPs natürlich inzwischen auch andere Alternativen, wie hier so einen Vroom ESP32C6 Vroom 3 von Espressif. Also der kann auf jeden Fall auch Zigbee und somit sollte der auch Thread können. Habe ich aber bisher nur mal kurz als Zigbee Gerät getestet. Das nur ganz kurz am Rande. Und von M5-Stack gibt es auch hier diesen super kleinen M5-C6, ich weiß gar nicht genau wie er heißt. M5-Nano-C6, da steht es ja drauf. Und ja, das wäre zum Beispiel auch noch so eine Variante, der über Thread nutzbar sein sollte. Darum sollte es in diesem Video nicht gehen, nur mal kurz am Rande erwähnt. Da habt ihr auch noch verschiedene Alternativen. Heute schauen wir uns erstmal den Arduino Nano Meta an und wie der jetzt mit der Arduino IDE überhaupt erstmal so als eigenes Meta over Thread Device eingerichtet werden kann. Wenn euch die anderen Geräte interessieren, lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen, dann können wir dazu gerne auch nochmal ein Video machen. Lasst mich gerne auch mal eure Ideen wissen, wofür ihr solche Geräte für euch zu Hause bauen würdet. Und ja, vielleicht können wir das Ganze ja dann mal in einem Video noch aufbereiten. Bevor wir jetzt aber mit dem Video starten, kommen wir noch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos und zwar zu Reolink. Der Sponsor des heutigen Videos ist Reolink und da gibt es was wirklich Spannendes Neues und zwar den Reolink Home Hub. Ich weiß, ich habe bisher immer gesagt, lasst die Finger von Solarkameras, denn die können kein RTSP, die gehen nur über Cloud, können dir lokal nicht anbinden, vergesst das. Das hat sich mit dem Home Hub jetzt absolut erledigt, denn dieser bringt die Reolink Cloud direkt zu euch nach Hause in euer eigenes Netzwerk. Das heißt, ihr könnt ab sofort solche Solarkameras nicht mehr mit eurem Router, eurem WLAN oder so verbinden, sondern diese verbindet ihr ab sofort mit dem Reolink Home Hub und dieser stellt euch dann den Stream der Kamera als RTSP Stream lokal bei euch zur Verfügung. Was bietet der Home Hub? Den gibt es in zwei Varianten. Einmal die Pro-Variante, einmal die normale Variante. Beide können bis zu zwei Micro-SD-Karten mit maximal 512 GB unterstützen, worauf ihr eure Videos speichern könnt. Die Pro-Variante bietet zusätzlich noch eine 2 TB Festplatte, fest installiert. Dann unterstützen beide Streams bis 16 Megapixel, haben beide 2,4 und 5 GHz und bieten gleichzeitig auch noch Wi-Fi 6. Die normale Variante unterstützt bis zu acht Kameras. Die Pro-Variante kann sogar 16 Kameras anbinden. Alle Daten, die gespeichert werden, werden voll verschlüsselt. Das heißt, geklaute SD-Karten können die Leute auch erstmal nichts mit anfangen. Also bis dahin wirklich rund um ein stimmiges Paket. Ich habe das Ganze mit der Argus PT Ultra, also mit einem 4K 16 Megapixel Stream getestet. Ich konnte die Argus über den Home Hub per RTSP Stream, der eben von diesem Hub generiert wird, bei mir ins Freegate einbinden, ins Home Assistant einbinden, per VLC angucken. Der einzige Moment, wo eure Kamera dann noch mit dem Internet verbunden ist, ist wirklich der Moment, wo ihr die Kamera einrichtet. Denn da hat sie noch die Verbindung zu eurem WLAN. Dann sagt ihr aber in der Reolink App beim gewohnten Einrichtungsprozess, bitte mit dem Hub synchronisieren und dann wechselt die Kamera in das WLAN des Hubs. Der macht, wie gesagt, einen eigenen Access Point auf. Auf den verbindet dann die Kamera und ist somit komplett vom Internet abgetrennt. Also eine wirklich spannende Sache. Und natürlich hat Reolink am Prime Day diesen Jahres, und zwar am 16. und 17. Juli, auch noch richtig spannende Angebote für euch. Da gibt es einmal die Argus 4 Pro mit Solarpanel für 169 Euro. Das wäre zum Beispiel der ideale Kandidat für so einen Reolink Home Hub. Dann gibt es noch die E1 Outdoor für 84 Euro. Dann die Doorbell Wi-Fi für 97 Euro. Und eine Trackmix Power-over-Ethernet-Variante für 139 Euro. Also auf jeden Fall schon mal richtig, richtig fette Schnapper mit dabei. Schaut auf jeden Fall mal bei Reolink vorbei. Alle Links findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Video. Ja, und im Büro angekommen, würde ich sagen, wir legen auch direkt los. Und wir fangen an mit der Arduino IDE. Die müsst ihr natürlich zuerst einmal, wenn noch nicht passiert, runterladen und installieren. Finden tut ihr die auf Arduino.cc. Da gibt es hier den Punkt Software und da könnt ihr die entsprechende Programmversion herunterladen. Ich habe jetzt in meinem Fall die Windows 10 Variante installiert. Hängt natürlich ein bisschen jetzt davon ab, was habt ihr für ein Betriebssystem etc. Also Arduino IDE installieren von Arduino.cc. Die sieht dann in etwa so aus. Natürlich wahrscheinlich erstmal noch kein Projekt offen. Ihr seht, auch hier habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Da kommen wir aber gleich zu. Hier ist jetzt erstmal wichtig, dass wir der Arduino IDE auch beibringen, mit dem neuen Arduino Nano Meta überhaupt umgehen zu können. Heißt, er muss das Board überhaupt erstmal kennen. Es gibt hier auf der linken Seite verschiedene Menüpunkte. Hier habt ihr eure Projekte, also euer Sketchbook, wo ihr eure Inno-Dateien und so weiter hinterlegt habt. Dann gibt es hier den zweiten Punkt, die Board-Verwaltung. Und hier möchten wir jetzt unseren Nano Meta zum Beispiel eben einbinden können. So, und da seht ihr hier, habe ich das schon gemacht. Und zwar, wenn man nach Meta sucht, dann sieht man schon hier Silicon Labs. So, und das ist keine Standard-Bibliothek, sondern die müssen wir der IDE erstmal bekannt machen. Und zwar gehen wir dafür auf Datei, Einstellungen. Und dann gibt es hier unten zusätzliche Board-Verwalter-URL. Und da müsst ihr diese URL hinterlegen. Die URL, die steht auch in der Dokumentation. Ich packe euch die aber natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr einfach rauskopieren und hier als zusätzliche Board-Verwalter-URL hinzufügen. Dann könnt ihr hier wieder in die Board-Verwaltung zurückgehen und sucht jetzt wie ich hier nach Meta und dann könnt ihr hier die aktuelle Version auswählen und hier auf Installieren klicken. So, damit ist eure IDE schon mal so weit vorbereitet, dass sie überhaupt das Board erkennt und damit arbeiten kann. Und wenn ihr dann einen neuen Arduino anschließt, ich klicke jetzt einfach mal hier auf den unbekannten Port, dann seht ihr, wenn ihr den richtigen COM-Port auswählt, dann fragt er euch, um was für ein Board handelt es sich. Und dann kann man jetzt hier wieder nach Meta suchen und dann zeigt er einem hier schon Arduino Nano Meta, dann wählt er den aus, wählt den COM-Port aus und sagt, okay, in meinem Fall an Port 6 hängt jetzt was anderes, deshalb klicke ich wieder auf Abbrechen. Aber so kommt ihr jedenfalls überhaupt erstmal dazu, der Arduino IDE zu sagen, ich habe einen Arduino Nano Meta und der hängt an COM 4 jetzt in meinem Fall. So, das ist auf jeden Fall erstmal die erste wichtige Einstellung, die wir überhaupt brauchen, damit er mit dem Board kommunizieren kann. Und jetzt kommt der zweite Teil und zwar die Library selbst. Die müssen wir ihm jetzt auch noch bekannt machen, damit wir überhaupt in der Lage sind, die Meta-Komponenten überhaupt zu verwenden. Ja, und die finden wir auf gitter.com slash siliconlab slash arduino und hier können wir jetzt einfach mal oben sagen Code und Download ZIP. Dann lädt er hier die ZIP-Datei einmal herunter und dann wechseln wir hier oben im Menü auf Sketch und sagen Bibliothek einbinden und dann gibt es hier einen Punkt ZIP-Bibliothek hinzufügen. Den wählen wir aus, gehen auf unsere Downloads, sagen hier Arduino Main, ihr seht, ich habe das schon ein paar Mal durch, und sagt einfach öffnen. So, und dann verarbeitet er hier unten diese ZIP-Datei. Das wirft danach ein paar Fehler, weil das nicht nur Libraries sind und und und. Das ist aber völlig egal, die Libraries, die da drin enthalten sind, die werden dann importiert und das reicht uns dann auch, um eben unsere Libraries für Meta nutzen zu können. Ich bin nicht ganz sicher, ob man dann einmal die IDE neu starten muss. Jedenfalls haben wir danach hier unter Beispielen den Punkt Meta. So, und da können wir jetzt hier auch schon sehen, Es gibt für jedes oder zumindest für viele verschiedene Arten von Geräten hier schon diese Meta-Beispiele. Und dann, wenn wir jetzt hier ganz unten mal schauen, da gibt es zum Beispiel Nano-Meta Light Bulb Color. Und ja, der Arduino Nano-Meta hat eine RGB-LED on board und diese lässt sich damit steuern. Einfach mal so als kleines Demonstrationsbeispiel, wie der Code überhaupt aussehen müsste, um eine RGB-Lampe zu steuern. Ob das dann am Ende die Onboard-LED ist, ob ihr da eine Stripe dran hängt oder sonst was, oder ob ihr was ganz anderes damit macht, ist am Ende ja immer noch euch überlassen. Ihr habt den ganzen Code selber in der Hand, aber darüber seht ihr, wie funktioniert überhaupt die Meta-Anbindung. Und ich würde sagen, mit dem Beispiel starten wir jetzt einfach mal. Ja, und so sieht das Beispiel dann jetzt aus. Das Ganze fängt an mit den zwei Includes. Einmal Meta.h, das brauchen wir in dem Fall immer. Und Meta Light Bulb.h, das hängt halt davon ab, ob wir jetzt eine Lichtkomponente einbinden möchten oder einen Lüfter oder was auch immer. Also die entsprechende Meta-Geräteklasse, sag ich mal, muss auch noch eingebunden werden. Ja, dann kommen hier erstmal so ein paar Defines, wo die Pins festgelegt werden. Hier wird dann unsere Meta Color Light Bulb als Objekt angelegt. Und ja, das Ganze wird dann hier im Setup einmal gestartet. Und zwar einmal mit Meta.beginn für die generelle Meta-Kommunikation und Meta Color Bulb.beginn eben für unsere Lampe selber. Mit Meta Color Bulb Boost Saturation wird dann zum Beispiel hier noch die Farbgebung ein bisschen hochgesetzt, also entsprechend die Sättigung der Farbe noch ein bisschen beeinflusst. Ja, der Pin für den Onboard Button wird gesetzt, weil der wird hier in dem Beispiel auch direkt verwendet, um die Lampe an- und auszuschalten, glaube ich. Da kommen wir gleich sicher noch zu. Die LEDs werden ausgeschaltet. Ja, und hier kommen wir dann zu der eigentlichen Meta-Integration im Setup. Ja, und dann schaut ihr hier also als erstes, ist dieses Device schon commissiont, also ist das Meta-Device schon mal einem Thread-Netzwerk hinzugefügt worden. Falls nicht, dann blendet er uns hier den notwendigen Pairing-Code und eine URL ein und über die URL kann man dann einen QR-Code aufrufen, um eben die Meta-Anbindung umzusetzen. Falls das Gerät schon eingebunden ist, wartet er hier an der Stelle einfach nur so lange, bis das Gerät wirklich mit dem Thread-Netzwerk verbunden ist und meldet dann auch Connected-to-Thread-Network. Dann wartet er auf die Device-Discovery, also bis die Verbindung mit dem Thread-Border-Router hergestellt wurde. Das guckt er dann hier mit, ist die Bulb online, also ist unsere Lampe wirklich jetzt online und verfügbar. Dann sagt er, Meta-Device ist now online. Und ja, ab diesem Moment wechselt er also aus dem Setup raus in die Loop-Methode und ja, von da an könnt ihr dieses Meta-Gerät eben steuern. Also der obere Part hier im Setup, der ist bei den ganzen Meta-Komponenten eigentlich so ziemlich identisch. Ja, und für alle, die sich jetzt gefragt haben, bei dem Saturation-Sätzen und so weiter, ja, woher weiß ich denn so einen Blödsinn alles? Das ist natürlich alles gut dokumentiert bei der Library. Und zwar gibt es hier im GitHub die entsprechende Dokumentation unter Arduino Libraries Meta. Da gibt es eine Readme. Und wenn ihr hier mal guckt, hier seht ihr einmal, welche Ecosysteme werden unterstützt. Was für Geräte braucht ihr gegebenenfalls dafür? Hier seht ihr, was für Meta-Device-Klassen werden bisher unterstützt. Und für die Geräte, habt ihr eben schon gesehen, gibt es auch entsprechende Code-Beispiele direkt mitgeliefert. Ja, hier wird das alles auch nochmal Schritt für Schritt so ein bisschen erklärt, was wir uns jetzt gleich hier ansehen. Unpairing ist auch noch so eine Sache, kommen wir auch gleich noch zu. Ja, und hier gibt es jedenfalls die ClassMeta, also das Meta.h. Und was gibt es hier für Methoden, die uns zur Verfügung stehen? Die haben wir jetzt hier zum Beispiel schon mal in der Setup-Methode gesehen. Und dann gibt es eben auch noch die Geräte-Klassen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal die Meta-Color-Lightbulb nehmen, die wir ja jetzt hier verwenden möchten, dann seht ihr, man kann hier die Hue auswählen, die Saturation kann man sich holen. Man kann natürlich genauso diese Werte auch setzen. Dann kann man die Saturation auch nochmal in Prozent setzen. Man kann die Farbwerte abrufen. Man kann die Farbwerte setzen. Ja, und Boost-Saturation haben wir eben auch schon gesehen. Also, das Ganze ist vom Funktionsumfang, wie wir sehen, noch relativ überschaubar, aber dafür eben gut dokumentiert und mal ehrlich viel mehr als Farbe setzen, Helligkeit setzen und so weiter brauchen wir bei einer Lampe wahrscheinlich auch eh nicht. Ja, das nur am Rande. Also da findet ihr dann auch nochmal die Informationen, was für Methoden stehen uns denn bei den Objekten aus den Beispielen da noch zur Verfügung. Ja, und damit kommen wir jetzt mal hier zur Loop-Methode. Und hier seht ihr, wird gefragt, ist Button pressed? Also hat jemand den Taster auf dem Arduino gedrückt? Wenn ja, dann wird dieses Fleck wieder zurückgesetzt und unsere Metacolor Light Bulb wird getoggelt. Also eben, ist sie an, wird sie ausgemacht, ist sie aus, wird sie eingeschaltet. So, aber wodurch wird dieses Button pressed hier überhaupt gesetzt? Das habe ich euch hier oben, glaube ich, etwas unterschlagen. Und zwar, genau, Attach Interrupt. So, und hier wird einfach gesagt, hänge die Methode Handle Button Press an diesen Button Build In, also an unseren Pin. Und zwar, wenn dieser Falling ist. So, was heißt das genau? Also ganz kurz erklärt, der Button auf dem Arduino, der ist mit einem Pull-Up versorgt. Das heißt, wenn ich den Button drücke, dann wechselt der Zustand von High nach Low. Daher Falling beim Tastendruck soll also die Methode Handle Button Press hier aufgerufen werden. Und das Ganze wird eben über einen Interrupt gelöst. So, und die Methode Handle Button Press, wenn wir die mal eben kurz suchen, die finden wir hier unten. So, und hier ist die Methode Handle Button Press. Und wenn wir da mal schauen, was die macht, die macht eigentlich nichts, außer sich zu merken, wann ist der Button zuletzt gedrückt worden. Wenn das noch nicht länger her ist als 200 Millisekunden, dann mache ich einfach nichts, damit die Methode nicht gehämmert wird. Und ja, dann wird eben dieses Fleck Button Pressed auf True gesetzt. So, und deshalb wird hier in der Loop Methode danach einfach gesagt, okay, Button Pressed setze ich wieder auf False, damit das Programm weiß, okay, das wurde jetzt bearbeitet. Der Button kann beim nächsten Mal wieder neu ausgewertet werden. Ja, und dann wird das Licht eben an- oder ausgeschaltet. Dann holt er sich hier einmal den Zustand, ob die Lampe eben ein- oder ausgeschaltet ist, fragt er hier die Lampe ab. Hier wird dann geguckt, wenn der Status eingeschaltet ist und der Status ungleich des letzten Zustandes ist, dann merkt er sich hier den letzten Zustand und sagt hier, die Lampe ist an und aktualisiert die LED-Farbe. Das gleiche haben wir jetzt nochmal umgedreht, wenn der aktuelle Zustand aus ist und vorher war es eben an. Ja, dann meldet er hier Bulb Off, also dass die Lampe jetzt ausgeschaltet ist und setzt die LEDs auf Aus. Als nächstes kommt dann noch die Farbbehandlung, erholt sich also jetzt hier den Farbwert letzten Endes und die Saturation und die Helligkeit. Ja, und aktualisiert dann anhand dieser Daten entsprechend die LED-Farben. Ja, und dann haben wir hier noch die Update-LED-Color-Methode, die eben von der Loop-Methode aufgerufen wird und die macht auch nicht mehr sonderlich viel. Die sagt hier nur, Metacolor Bulb, gib mir mal deine RGB-Werte, also wie hell ist rot, wie hell ist grün, wie hell ist blau und setzt das dann entsprechend mit Analog Write, was wir ja schon kennen, PWM-Signal auf einem entsprechenden Pin setzen. Ja, setzt das eben für Rot, Grün und den Blaupin auf das entsprechende PWM-Signal, steuert dadurch eben die Helligkeit der jeweiligen Farbe und so kriegen wir auf unserer RGB-LED den entsprechenden Farbwert angezeigt. LED Off ist natürlich dann entsprechend 0 bzw. 255. Das hängt eben davon ab, ob LED Build-Inactive Low oder High ist. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob es da zwei unterschiedliche Varianten vom Arduino gibt oder wie das zustande kommt. Ja, aber das erstmal nur so zum ganz, ganz schnellen Durchlauf von diesem Beispiel. Ja, wir haben jetzt hier den Arduino Nano Meta eingebunden, ausgewählt und ich aktiviere mal eben kurz hier meinen Beispielaufbau. Da sage ich gleich auch noch ein bisschen mehr zu, aber erstmal ist jetzt hier einfach nur der Arduino am USB angeschlossen bei mir. Da sind jetzt schon LED Stripe dran und so weiter, aber da kommen wir später zu und ich würde sagen, wir sagen jetzt hier einfach mal hochladen. So, also wie ihr jetzt hier unten im Log sehen könnt, hat das Flashen schon mal funktioniert von dem Beispiel und damit sind wir jetzt in der Lage, unser Meta-Gerät über Thread in unser Netzwerk zum Home Assistant, Google Home, HomeKit, was auch immer anzubinden. Naja, also erstmal Thread nochmal erwähnt, ihr braucht auf jeden Fall einen Border-Router, egal in welcher Form. Alles, was ihr zu Thread-Netzwerken wissen müsst, hat Matthias so gut zusammengefasst, gehe ich jetzt gar nicht weiter darauf ein, werdet nicht darüber Bescheid weiß. Schaut mal hier oben in die Infobox, da verlinke ich auf jeden Fall, wie immer bei Thread aktuell, das Video von Matthias. Wir machen hier auf jeden Fall jetzt weiter, binden mal unser Gerät in Meta ein und naja, wer das schon kennt, der weiß, wir brauchen jetzt einen QR-Code oder einen Meta-Verbindungscode und wie wir da jetzt rankommen, das schauen wir uns als nächstes an. Das ist relativ einfach. Wir gehen hier auf Werkzeuge, sagen hier serieller Monitor. So, und hier sehen wir jetzt erstmal nichts. Der ist leer, weil der Arduino jetzt nichts mehr schreibt. Alle alten Nachrichten kann man hier nicht mehr sehen. Also drücken wir einmal Reset, um unseren Arduino zurückzusetzen. So, und jetzt sehen wir hier Arduino Nano-Meta-Color-Light-Bulp-Meta-Device-is-not-Commissioned. Die Nachricht kommt uns irgendwie doch bekannt vor. Wenn wir jetzt hier nochmal runterscrollen in die Setup-Methode, dann sehen wir hier genau diese Nachrichten. Also, wir sehen jetzt hier, das Device ist not-commissioned, also noch nirgends hinzugefügt und deshalb gibt er uns jetzt hier die benötigten Pairing-Informationen aus. Heißt, die Meta-Komponente generiert uns hier unseren Zahlencode zum Verbinden und die URL, über die wir unseren QR-Code abrufen können. In dem Fall wählen wir doch einfach mal die bequeme Variante mit dem QR-Code. Wir nehmen mal hier den Browser, fügen das Ganze hier ein und hier haben wir jetzt unseren QR-Code. Dann nehmen wir jetzt als nächstes mal die Home Assistant App mit dazu und da wechseln wir nach Einstellungen, Geräte und Dienste und sagen hier Integration hinzufügen, Meta-Gerät. In dem Fall handelt es sich ja um ein neues Meta-Gerät. Es wurde noch keinem anderen Meta-Hub hinzugefügt, sonst müsste man ja im Meta-Hub dann die Teilen-Funktion nutzen. Aber nein, es ist neu. Und dann können wir hier sagen Kamera öffnen, scannen unseren QR-Code. So, und jetzt stellt er die Verbindung mit dem Meta-Gerät her, beziehungsweise lässt das, lässt den Arduino jetzt in das Thread-Netzwerk verbinden. Und das sehen wir jetzt hier im Log auch schon. Connected to Thread, Waiting for Meta-Device Discovery. Das sind wir jetzt also hier gerade. Und jetzt wartet er darauf, dass unsere Bulb online kommt. Aktuell ist er hier jetzt noch dabei und sagt in der App, also auch Netzwerkverbindung wird geprüft und der Vorgang, der kann mitunter eine ganze Zeit dauern. So, und der Arduino meldet, Meta-Gerät ist online und da sagt die Home Assistant App auch schon Gerät ist verbunden. Also gehen wir mal auf Fertig und jetzt schauen wir hier und sehen, wir haben jetzt hier ein Steuerelement Licht. Also das hat soweit scheinbar schon mal funktioniert. Testen wir das Ganze doch direkt mal. Ich schalte mal ein und jawohl, wir sehen, die LED geht ein, die LED geht aus. Schalten wir sie noch mal ein und dann können wir hier auch jetzt unsere Farbe auswählen. Blau funktioniert. Grün funktioniert, Rot funktioniert. Ja, also das finde ich eigentlich bis hierhin schon mal wirklich, wirklich schön. Das finde ich super bequem. Alleine auch mit den Beispielen für Meta ist es wirklich super simpel, sich da so dieses Grundkonstrukt einfach, ja, eins zu eins aus den Beispielen zu übernehmen. Flaschen funktioniert. Und anpassen lässt sich das Ganze natürlich auch. Und genau das schauen wir uns jetzt auch mal noch an. Denn jetzt kommen wir zu dem Beispiel, was ihr eben schon gesehen habt, was ich vorbereitet habe. So, hier seht ihr jetzt also als erstes einmal, ich habe jetzt in dem Beispiel nicht nur die Lightbulb eingefügt, sondern eben auch ein Temperature als Beispiel und einen Switch. Der Switch ist etwas hakelig, aber ich habe ihn trotzdem mal als Beispiel drin gelassen. Es geht mir jetzt erstmal gar nicht darum, ein voll funktionstüchtiges Beispiel zu liefern, sondern dass ihr überhaupt erstmal versteht, wie kann ich mir das Ganze jetzt so zusammenstricken, wie ich es gerne hätte, wie kann ich meine eigenen Sensorwerte per Meta übertragen oder eben eigene, ja, angeschlossenen Geräte über Meta schalten am Ende. So, in dem Fall, ich habe jetzt hier die WS2812 LED Stripe, also mit dem Arduino verbunden. Da der Arduino mit 3,3 Volt arbeitet, musste ich hier noch einen Levelshifter dazwischen packen, der das 3,3 Volt GPIO Signal auf 5 Volt übersetzt, sag ich mal. Und dann kam noch die zusätzliche Hürde, die LEDs. Die müssen aber ja mit 5 Volt betrieben werden. Das heißt, hier habe ich hier drüber noch ein 5 Volt Netzteil angeschlossen. Hier müsst ihr aber aufpassen. Niemals gleichzeitig den Arduino per 5 Volt Netzteil betreiben und per USB. Das mögen die absolut nicht. Also, flashen über USB, danach USB ab und per Netzteil betreiben. Das nur am Rande erwähnt. Aber, da soll es jetzt gar nicht im Detail drum gehen, sondern, was haben wir noch an Sensoren? Wir haben den Temperatursensor. Das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, der CPU Temperatursensor des Arduinos, den ich da in dem Fall benutzt habe und als Meta-Switch habe ich einfach den Onboard-Taster genommen. So, und die LEDs wollte ich erst, hatte ich so, ja, leichtgläubig gedacht, ja, nimmst du wie immer so Neo-Pixel-Library oder so. Mh, ist nicht. Die klappt mit dem Arduino Meta nicht, weil der Chip nicht kompatibel ist. Das scheint wirklich nur für ESPs zu sein. Gut, wieder was gelernt, aber Silicon Labs bietet da auch schon was und zwar die EZW-S2812, wie ihr hier in Zeile 6 seht. Tut sich am Ende vom Gebrauch nicht viel. Ihr bindet einfach eine andere Library ein und von der Verwendung seht ihr gleich. Ist das ähnlich? Der einzige Haken, ich habe noch nicht herausgefunden, worüber hier die Pin definiert wird. Der Standard-Pin ist D11, nur damit ihr das schon mal gehört habt. Also, Pin geben wir für die LED nicht an. Datenpin ist D11 in diesem Fall. Ich weiß nicht, ob man das in der Library sonst ändern muss oder ob man das irgendwie noch angeben kann. Aber fürs Beispiel reichte mir das jedenfalls auch erstmal. Auf jeden Fall werden hier jetzt einfach die LEDs initialisiert. Wir geben hier an, dass es sich um 27 LEDs handelt. Onboard-LED-Definitionen kennen wir schon. So, und hier seht ihr jetzt, habe ich drei Meta-Objekte erzeugt und zwar einmal für die Lightbulb, einmal für den Temperatursensor und einmal für den Meta-Switch. Ihr könntet jetzt natürlich auch mehrere Temperatursensoren als Wert übermitteln oder so, aber jeder einzelne Wert benötigt hier so ein einzelnes Objekt. Darin wird quasi der Zustand gespeichert und entsprechend die Kommunikation darüber abgewickelt. So, dann haben wir hier noch diverse Variablen. Da gehe ich gar nicht weiter groß drauf ein. Hier haben wir wieder die Pin-Definitionen für die Onboard-LED. Hier wird wieder der Button über den Interrupt ausgewertet. So, und hier haben wir dann My-LEDs-Begin. Damit werden die LEDs eben, ja, gestartet, sage ich mal. Das Meta-Begin kennen wir auch schon. Das Boost-Saturation für die Meta-Light-Komponente kennen wir auch schon. LEDs werden abgeschaltet. So, und damit ist die Meta-Light-Colorbulb auch schon fertig. Die wird dann nur noch hier mit Meta-Colorbulb-Begin gestartet. Also, bis dahin den größten Teil kannten wir schon. Das hier ist mal neu. Da habe ich mal ein bisschen mit rumgespielt, hatte mal in die Dokumentation geguckt, was gibt es denn alles. Und man kann also einen Gerätenamen, einen Hersteller, Produktname und Seriennummer angeben. Ich muss gestehen, ich habe es aber in den Gerätedetails im Home-System zumindest so noch nicht wiedergefunden. Ich hatte das auch dann mal extra noch für CPU-Temperatur und so weiter mit angegeben. Das hat aber alles irgendwie sich nicht richtig ausgewirkt, wie ich mir das gedacht habe. Falls jemand da schon weiter ist und irgendwie mehr darüber weiß, lasst mich das gerne mal unten in den Kommentaren wissen. So, dann haben wir hier jetzt noch, was entscheidend ist, Meta-Temp-Sensor beginn und Meta-Switch beginn. Also, damit werden die beiden neuen Komponenten eben auch noch gestartet für Meta. Den Commission-Händler kommen wir gleich zu. Ich gehe erstmal kurz noch weiter. Dann haben wir hier nämlich wieder unseren normal schon bekannten Einrichtungsprozess, wo er eben guckt, ist das Gerät schon verbunden. Wenn nicht, dann kommen hier die entsprechenden Informationen, wie der Pairing-Code und so weiter. Das kennen wir also alles schon. Hier unten warten wir dann jetzt nicht nur auf die Meta-Color-Bibes, sondern eben auf alle drei Geräte, dass die auch wirklich alle drei online sind und erst dann sagen wir, jo, wir sind online und gehen in den Loop. So, und was hat es jetzt mit dem Decommission-Händler auf sich? Also, wenn das Gerät einmal verbunden ist, ist es verbunden. Das ist auch alles nochmal dokumentiert. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung zur Dokumentation davon. Ich habe das hier in meinem Beispiel jetzt einfach mal so mit integriert, dass man durch zehn Sekunden des normalen Buttons gedrückt halten auf dem Arduino dieses Gerät wieder vom Thread-Netzwerk abmelden kann. Einfach, um es danach irgendwo neu zu pairn oder wie auch immer. Weil, wenn ihr es aus Meta rausschmeißt und der Arduino wird nicht sauber getrennt, weil er in dem Moment nicht verbunden ist oder oder, dann meint er immer noch, er wäre verbunden und ihr kriegt den nicht mehr irgendwo neu rein. Das ist letzten Endes kein großes Hexenwerk. Der guckt eigentlich einfach nur, ist der Button gedrückt? Das sehen wir hier in Zeile 231 und wenn der Button gedrückt ist, dann geht er hier in den Loop und wartet so lange, bis entweder die Taste losgelassen wird oder wenn die Taste 10 Sekunden lang gedrückt wird, dann geht er hier unten rein und dann guckt er weiter, ist das Gerät jetzt nicht kommissioniert, also ist es wirklich vom Netz abgemeldet, dann meldet er Decommission done, dann weiß er also, die Abmeldung war erfolgreich und ansonsten, also wenn er das erste Mal hier reinkommt, dann sagt er hier Start Decommission Process und mit nvm3-erase-all löscht er quasi die Anmeldeinformationen am Thread-Netzwerk so gesehen und trennt halt für sich wieder die Verbindung und damit ist er dann beim nächsten Durchgang wieder frei von allem, zeigt euch wieder seine Zugangsdaten und ihr könnt ihn wieder ganz neu ins Meta-Netzwerk aufnehmen. So, das war das, kommen wir jetzt noch eben zur Loop-Methode. Das ist der eigentlich spannende Teil. Hier sehen wir wieder Wenn-Button-Pressed und dann wurde bisher ja immer die Lampe getoggelt, also ein- und ausgeschaltet und was ich jetzt hier noch gemacht habe ist, ich habe hier gesagt, wenn der Button gedrückt wird und der Zustand sich also geändert hat zum letzten Mal, dann sagen wir dem Meta-Switch Set State und übergeben eben den Button-Zustand. Damit sorgen wir einfach dafür, dass die Meta-Komponente, unser Schalter der Meta-Komponenten, einfach mitkriegt, wenn ich den Taster drücke. Damit sage ich eben entweder Taster ist gedrückt oder eben ist nicht gedrückt. Dann kommt erstmal hier nur so ein LED-Update-Kram, also wo die LED-Helligkeit, Farbe und so weiter ausgewertet wird, die Farbe dann entsprechend an die LED übermittelt wird. Das kennen wir ja vom Grundsatz her schon, das ist alles aus Beispielen einfach nur zusammen kopiert, also das könnt ihr euch in den Beispielen selber nochmal angucken. Hier kommen wir jetzt aber dazu, hier ist unser Temperatursensor und da mache ich es dann so, dass ich hier sage get CPU-Temp und diese Methode, die gibt den internen CPU-Temperaturwert von unserem Arduino wieder und den möchte ich als Meta-Temperatursensor eben rausreichen an Home Assistant und daher sage ich hier auf dem Meta-Temp-Sensor-Objekt set measured value Celsius. Auch die Methode habe ich mir wieder aus der Dokumentation rausgesucht, das heißt jede dieser ich sage mal Geräteklassen bieten eben ihre eigenen Methoden, worüber wir einfach die Sensorwerte übergeben können und beim Temperatursensor ist das dann zum Beispiel set measured value Celsius, dem übergebe ich also einfach nur hier die CPU-Temperatur, die ich hier oben ausgelesen habe und das war eigentlich schon die ganze Magic, also mit dieser einen Zeile wird hier einfach der Temperatursensor an Meta übergeben oder über Meta an Home Assistant übergeben. Genau, also das ist eigentlich schon alles, ihr müsst eigentlich wirklich nur aus dem Beispiel abgucken, wie wird das Meta-Gerät initialisiert im Setup und dann müsst ihr euch für den Loop quasi einfach nur die richtige Methode raussuchen, womit ihr den Wert an das Meta-Objekt übergeben könnt oder eben auslesen könnt bei der Light-Komponente zum Beispiel, welche Farbe hat die Lampe gerade oder so. Aber das seht ihr auch gut in den Beispielen und wie gesagt, wenn mal eine Methode nicht verwendet wird, im Beispiel und euch fehlt was, könnt ihr in die Dokumentation gucken. Ich denke, so ist zumindest schon mal grob die Arbeitsweise klar, wie sowas aufgebaut werden kann und hier zu der WS2812 da sagt ihr einfach nur auf diesem MyLEDs Objekt SetAll und dann R, G und B und das ist halt eben Rot, Grün und Blau Value, das war's. Mehr gibt's hier also auch gar nicht mehr zu sagen. Damit haben wir das Beispiel hier jetzt auch durch und können das jetzt einfach mal auf unseren Arduino flashen. So, das Hochladen war erfolgreich, das Meta Device ist online sagt er und jetzt sehen wir hier in der App auch schon der neue Temperatursensor ist automatisch dem Gerät schon hinzugefügt worden und hier unten haben wir auch Ereignistaste vor drei Stunden kurzes loslassen das war wahrscheinlich mein letzter Test und wir testen einfach jetzt nochmal wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen auf der Taste rumdrückt dann seht ihr erstes drücken so und ja ich hatte gehofft es wird ein Binärsensor ist es leider nicht es gibt leider nur Events bei Tastendruck finde ich etwas schade klappt in dem Fall jetzt auch noch nicht so zuverlässig bei mir das mag aber durchaus an meinem Code liegen das will ich nicht ausschließen ich wollte jetzt einfach erstmal nur ein kleines Beispiel mal auf die schnelle zusammenbasteln was überhaupt mal zeigt was ist überhaupt möglich wie ist es so grob vom Aufbau her möglich und dass ihr überhaupt erst mal seht dass wir jetzt mit einem Arduino eigene Meta over Thread Geräte aufbauen wir schauen uns das ganze jetzt aber natürlich noch mal eben kurz auch mit der LED Stripe an von daher schließe ich mal eben ein Netzteil an so und dabei ganz wichtig denkt dran jetzt den USB Stecker hier auf jeden Fall abzuziehen so und damit ist der Arduino jetzt über das 5Volt Netzteil in Betrieb genommen worden heißt wir müssen jetzt noch mal wieder einen Moment warten kriegen jetzt natürlich keine Rückmeldung mehr über den seriellen Monitor weil das USB Kabel eben nicht mehr angeschlossen ist aber das Gerät sollte denke ich trotzdem jetzt gleich zurückkommen und wir warten einfach mal bis hier der Temperatursensor wieder anfängt zu flackern und uns wieder neue Werte liefert so und der Sensor liefert wieder neue Werte und wir schalten mal das Licht ein und ihr seht die LED Stripe geht an und natürlich können wir jetzt hierüber auch wieder unsere Farbe auf blau setzen wir können sie auf rot setzen na vielleicht auch nicht doch und grün funktioniert genauso also ihr seht Farbwahl 1A funktioniert auch für LED Stripes ja und so könntet ihr euren eigenen RGB LED Meta Over Thread Controller mit diesem kleinen Arduino selber bauen ja soviel zum thema Arduino Nano Meta und euer eigenes Meta Device für zum Beispiel Home Assistant erstellen ich hoffe ich konnte euch ein bisschen Laune darauf machen das mal selber auszuprobieren und wenn ihr ein bisschen Glück habt habt ihr jetzt hier die Chance so einen Arduino Meta Nano zu gewinnen und zwar verlose ich einen Nano Meta unter allen Kommentaren unter diesem Video ich würde sagen das Gewinnspiel läuft bis zum 1. August alle Informationen zum Gewinnspiel findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung alle Links findet ihr in der Videobeschreibung sowohl zum Nanometa zu den Libraries was wir alles benötigen und natürlich auch zu allen Reolink Produkten Prime der Informationen etc. pp ich hoffe ich konnte euch einen guten Einblick in die ganze Materie erstmal mit diesem Video bieten wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen lasst mich diese gerne unten in den Kommentaren wissen ansonsten wenn euch das Video gefallen und weiter geholfen hat freue ich mich wie immer riesig über einen Daumen hoch lasst gern auch ein Abo da um keine weiteren Videos mehr zu verpassen ich hoffe dass wir uns im nächsten Video wieder sehen verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video Ciao